Erstes Nugget-Grundgesetz, ja doch, ja oder? Grundrecht, Nugget-Freiheit gilt vor Nachimpffreiheit. Zweites Nugget-Freiheit-Grundgesetz, siehe erstes Nugget-Grundgesetz. Ey, Nugget-Boy darf nicht reden. Bier auf Wein, das geht rein, Bier auf vier, das geht heim. Ja, oder? 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 Hey, Mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you prove. Untertitelung. BR 2018 Billet-Wordling, ja tomsa Quark it 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 Quark it